Willkommen Trader zum Mittwoch in der Pre-Trading Session hier zusammen mit mir Mike Seidel einen kleinen Blick in die Märkte heute auf der Agenda Silber Euro Austral Dollar und US Dollar polnische Slotty das ist interessant was da passiert deswegen heute mal die zweite Reihe auch wieder mit dabei aber das ist ja nicht so tragisch wir wissen ja auch da können wir gutes Geld verdienen das also gleich in den Handelsideen der Risikohinweis vorab sie wissen es der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen das ganze bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen und damit auch einen schönen guten Morgen hier allen Live Zuschauern verbunden wieder mit der Bitte oder auch der Aufforderung wer einen Wunschmarkt hat bitte direkt rein in die Chats hier auf Facebook und auf GoToWebinar da kann ich auch gerne den ein oder anderen Wunschschart hier mit klären Matthias guten Morgen also das dazu und damit rein in die Nachrichten die wir hier haben heute auch wieder ein paar Nachrichten die durchaus die Märkte bewegen können los geht es hier in der EU um 11 Uhr mit dem Verbraucherpreisindex und der Handelsbilanz dann geht es am Nachmittag schon weiter mit wichtigen Nachrichten in den USA wir haben die Einzelhandelsumsätze für den Monat September wir bekommen die Lagerbestände und wir bekommen um 16.30 Uhr wieder mal einen Blick ins Öl nämlich die Rohöl Lagerbestände Prognose hier ein Zuwachs von 1,4 Millionen Barrel dann spricht am Abend noch Bundesbankpräsident Weidmann und etwas das ich ja auch schon angekündigt hatte nachdem wir ja gestern sozusagen ZEW Daten hier bekommen haben bekommen wir heute einen sehr 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 wichtigen wenn nicht überhaupt den wichtigsten Konjunkturbericht in den USA der ist wichtig auch für die FED das Biesburg heute Abend um 20 Uhr die Details dazu beleuchten wir wie immer am Freitag weil wir später müssen ja wissen was los ist in der Wirtschaft worauf wir uns vorbereiten sollten die Märkte haben ja die Richtung schon wieder gedreht mir persönlich hat der Tag gestern viel viel Freude bereitet das also hier zu den Tagesnachrichten und dann schauen wir einfach mal in die Charts hinein ich hatte es avisiert wir starten mal mit den Währungen und zwar auf der Nebenseite und heute Morgen hier auf der Uhr US-Dollar polnische Slotty hier im Tageschart zu sehen na ich sehe gerade hier ist ein bisschen was verrutscht aber das soll nicht ganz so tragisch sein also was wir hier im Währungspaar haben man kann es denke ich mal trotz der Verrutschung gut erkennen wir haben hier aktuell die Situation dass der alte Aufwärtstrend den wir hier drüben hatten in grün markiert nach unten gebrochen wurde heißt also hier wir haben das Trendtief das letzte Korrekturtief dieses Aufwärtstrend das hatten wir hier bei der Marke von 3,89, 4,08 exakt liegen da sind wir definitiv drunter der Move ging hier ordentlich durch zwischendrin nach diesem starken ersten Rutsch ein kurzes kurzes Durchhalten hier eine kleine Schwankungsrange zwischen 3,95 und 3,95, 1,82 hier in etwa der Hochbereich 3,92, 8,4 der Tiefbereich hier zum Durchatmen gab ganz kurz und dann der nächste Schub unten drunter wir laufen weiter nach unten das heißt beide Seiten sind momentan bespielbar wir wissen allerdings je weiter so eine dynamische Bewegung läuft je größer wird die Wahrscheinlichkeit eines Rückschnappers den müssen wir hier natürlich immer auf der Uhr haben das heißt bevor wir Szenarien für die fallende Seite weiter mit spielen müssen wir das immer im Kopf haben wie weit diese Bewegung hier mittlerweile auch gelaufen ist und das heißt im Falle eines Rückschnappers sollten wir uns auch ein bisschen auf der Oberseite orientieren was wir bis jetzt gemacht haben ist wir haben natürlich diese Außenkerze hier nach unten mittlerweile verlassen gestern gab es hier einen Schlusskurs unten drunter das ist die Fortsetzung der Dynamik Rückschnapper wie schon gesagt da müssen wir uns nach oben orientieren Anlaufmarken haben wir bei steigenden Kursen also dann wenn wir in der Stunde wieder einen Aufwärtsschub sehen also das heißt auch einen Aufwärtstrend dann können wir uns nach oben orientieren dann wichtige Anlaufpunkte wären beispielsweise erst einmal hier das Hoch dieses Außenstabes bei 391,75 beziehungsweise dann erst einmal hier das Bruchlevel um die Marke von 392,864 wichtig ist allerdings dass wir hier auf diese Art und Weise sollen sollten wir sehen dass wir an dieser Stelle natürlich den Schub von unten nach oben sehen so jetzt muss ich mal ganz kurz hier eine Chartunterbrechung machen wir gehen das Ganze gleich weiter ein in den kleineren Zeiteinheiten ich sehe nur gerade man kann anscheinend mein Bild nicht sehen auf GoToWebinar am kurzen Augenblick ich blende nochmal den Bildschirm ein kurze Rückmeldung bitte kann man meinen Monitor jetzt sehen jetzt müsste der Chart vom US-Dollar polnischen Slotty zu sehen sein das würde mich sehr sehr freuen wenn das passt so ich habe gerade umgeschalten jetzt passt das wunderbar ich freue mich über die Rückmeldung das ist ja für mich auch immer wichtig dass das Ganze passt also nochmal kurz zurück zum US-Dollar jetzt schalten wir um in die Stunde heißt wir schauen mal was passieren muss damit wir Ober- oder Unterseite präferieren können ich wiederhole es nochmal kurz für die GoTo Zuschauer wir haben hier die Situation einer weiten Bewegung der Trend hier ist gebrochen ein Rückschnapper könnte durchaus nach oben hin laufen in ja das Hoch dieser Kerze hier dieser Außenkerze bei 391 beziehungsweise hier den Ausbruchbereich auf der Unterseite wenn es einfach durchläuft wir haben das Potenzial das nächste Korrektur Motiv aus diesem Trend hier haben wir um die Marke von 384 liegen so und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Stunde an wo ich persönlich sage erst dann fängt eine korrektive Phase an und das ist meiner Erfahrung nach und aus meinen Augen auch so wie ich die Märkte trade in der Regel dann der Fall wenn der Trend der nach unten geführt hat gebrochen wird das heißt was wir jetzt hier im Kleinen auch sehen müssen ist einfach wir haben den Schub auf Tagesbasis gehabt und wir haben jetzt hier den Trend nach unten laufen und was wir jetzt halt einfach sehen ist ich zeichne mal das letzte Stückchen ein wir sind hier unten oben reingegangen in die Korrektur jetzt entsprechend weiter in die Abwärtsbewegung rein so und die Phase dass wir rumdrehen sozusagen und in die Korrektur laufen in die Korrektur dieser Abwärtsbewegung die ist dann gegeben wenn wir zumindest das erste Mal hier oben drüber laufen das heißt dass wir hier diesen Abwärtstrend rausnehmen dann haben wir eine Chance in die höheren Level zu laufen und dann orientieren wir uns auch an den Absicherungslevels dieses Abwärtstrends das wir hier haben und da haben wir halt diese Marke am Außenstab hier drüben das hatte ein klein wenig Marktbeachtung das ist die 3,91 dann sehen wir hier in hervorragender Manier wie schon gesagt auch aus dem Tagesschat heraus sehr gut zu erkennen hier dieses Ausbruchlevel nach unten das wäre dann mal ein erster Antestbereich wo dieser größere Trend nach unten gelaufen ist die Marke von 3,92,864 wie schon gesagt das kommt vom Tagesschat das wären die ersten Marker die wir hier auf der Oberseite haben schauen wir uns das Ganze mal noch nach unten an dann sehen wir relativ gut hier ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis gebrochen worden und hier nach unten hin ist dann wirklich frei da ist nichts mehr was großartig auffällt das heißt der Weg auf die 3,84 ist dann frei wenn wir einfach hier unten rein laufen das heißt wenn wir hier nicht weiter nach oben laufen sondern einfach nur vielleicht ein Stück Korrektur sehen und sich dieser dynamische Trend fortsetzt dann ist der nächste halt der nächste Orientierungspunkt halt unten diese Marke von 3,84 und das ist halt dann der Fall wenn wir hier tatsächlich so wie es jetzt auch läuft einfach nach unten weiter laufen diese Bewegung halt durchweg fortsetzen das wäre dann gegeben dass der Markt sich weiter nach unten orientiert das sehen wir hier im Chart vom US-Dollar polnische Slotty so das hier zur kleinen Nebenwährung und damit schalte ich um in den Tagesschat vom Euro-Australer-Dollar auch ein Chart den ich persönlich sehr sehr mag einige meiner Lieblings oder eine meiner Lieblingswährungen die ich mir gerne immer wieder zum Schraden auch rausnehme weil sie halt schön trendet immer mal ein bisschen zickig in manchen Bereichen aber wir haben hier immer wieder schöne Trends so was ich jetzt noch mache ist ich räume den Chart nochmal ein bisschen auf hier sind die entsprechenden Linien ein bisschen verzogen das passiert manchmal in der Software das ist hoffentlich allerdings nicht so tragisch wir kriegen ja alles hier immer wieder hin das heißt was mir jetzt hier an dieser Stelle wichtig ist ist erst mal zu beleuchten wir haben jetzt hier das was ich hier gerade auch ein Zeichen ist der laufende abwärts Trend an dieser Stelle abwärts Trend an dieser Stelle das ist also das was wir hier unten gesehen haben und im Zoom hinein sehen wir es gleich wir haben jetzt mittlerweile einen schön laufenden Gegentrend ein wirklich schöner Trend der von unten raus hier an diesem und an dieser Unterstützung direkt rumgedreht hat und dann fein nach oben getrendet ist Zwischenlevel hatten wir hier im ja Unterstützungsbereich bei 1,62 und hier oben war dann lange Zeit der Deckel drauf hier bei der Marke von 1,63 700 und ich habe es im Blog geschrieben bis gestern hatten wir hier faktisch die Situation wir haben eine Trading Range Deckel unten oder Boden unten bei 1,62 Deckel oben drauf bei 1,63 7 Szenario der Trendfortsetzung sieht hier sieht hier so aus schaffen wir es oben drüber und etablieren wir uns oben drüber dann haben wir gute Chancen weiter nach oben zu laufen und das ist das Szenario was hier direkt auch gerade gespielt wird wir laufen oben drüber und das ist das schöne die Fortsetzung dieser Situation gibt natürlich Long Setups absolut recht das heißt wir laufen hier in einem Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend hat mittlerweile da sich jetzt auch fortgesetzt hat mittelfristig definitiv das Potenzial nach oben zu laufen nächster Stop hier schaut mal hier hatten wir den Schub nach unten das sieht man dann auch in der Stunde wenn man reinschaut aber dieses Level hier oben hat Relevanz im Tagesschart auch das ist die Marke von 1,65 das Potenzial ist von hier jetzt erst einmal zu sehen das ist da wir haben uns eine ganze Zeit seitwärts ausgeruht und dadurch ist das Potenzial da das heißt geht es in die Trendfortsetzung der Stunde wäre das hier oben mal der nächste Anlaufpunkt gefolgt dann natürlich von diesem Spike hoch was wir hier oben hatten auf dem Tagesschart da haben wir das hoch um die Marke von 1,668 ich klemmer kurz ein Preisschild dran also hier oben knapp das ist die Marke der nächste Anlaufpunkt wenn wir das Teil das Level hier oben die 1,65 gewuppt haben das Ganze nochmal hier im Stundenchart auch zu sehen wir sehen es hier einen hervorragend laufenden Aufwärtstrend haben wir hier jetzt da und wie schon gesagt die Seitwärtsphase die wir hier hatten ist im Stundentrend auch schön zu sehen das heißt das Getingel was wir hier hatten haben wir gesehen und jetzt läuft der Markt halt wirklich hier sehen wir es schön trendig nach oben und wie schon gesagt wenn sich das Ganze fortsetzt dieser Aufwärtstrend hier fortsetzt dann laufen wir in die Longrichtung schön nach oben und das sind dann natürlich die Chancen die wir auf der Oberseite spielen können wenn wir uns das Ganze auch mal anschauen hier was ich im Tag gezeigt habe das sehen wir auch sehr sehr schön in der Stunde hier das hier war quasi der Bewegungstrend den wir schön nach unten gesehen haben und dann hat sich hier dieser größere Aufwärtstrend etabliert in der Stunde auch und der nächste Anlaufpunkt wie schon gesagt haben wir die Marke hier oben weil dieses Level haben wir mittlerweile überschritten das war der Top Bereich hier das sehen wir hier drüben das war hier oben eine Unterstützung dann wurde es zum Widerstand und der ist jetzt rausgenommen worden und das Ganze sehen wir halt schön in der Umsetzung das heißt hier Fortsetzung des Ganzen wäre dann die Long Geschichte ich werde in diesen Situationen immer gefragt wo kommt denn ein Stopp hin wir hatten in den Freitagswebinaren auch immer schon mal über dieses Thema Stoppmanagement gesprochen an dieser Stelle weiß ich auch immerhin guckt freitags rein wir machen freitags regelmäßig edukative Parts und da kommt es auch hin und wieder zu solchen Themen wer Fragen oder Wünsche hat für diese Art von Webinaren bitte auch einfach mal eine Nachricht schreiben und das können wir dann gerne hier miteinander besprechen das heißt Thema Stopp ich kann und will an dieser Stelle halt keine klaren Stopp Level nennen weil die Grundrichtung ist jetzt hier in diesem Sinne auf der Long Seite zu sehen ja was ich allerdings nicht weiß ist welche Handelstrategie die einzelnen Händler umsetzen deswegen kann ich schlecht sagen der Stopp muss jetzt dort oder dort platziert werden ja ich persönlich wenn ich diesen Trend jetzt trade und ich sage ich möchte diesen Trend traden bis er bricht ja dann muss ich einfach sagen wo wird dieser Trend gebrochen und dieser Trend wird gebrochen wenn wir hier unten unter die 1,62 laufen das ist in diesem großen Bild mein Stopp Level da habe ich natürlich auch ganz andere Ziele ja da trade ich jetzt nicht im 5 Minuten Chart wenn ich meinen Stopp hier unten reinlege und das nach oben schiebe das ist definitiv nicht der Fall das heißt für diesen Markt wenn ich sage dieser Trend den ich jetzt hier habe das ist mein Richtungsgeber den möchte ich als Richtungsgeber nehmen traden dann muss der Stopp hier unten etwas unter das Low weil dort bricht der Trend und wenn ich sage den Trend möchte ich handeln solange wie er aktiv ist dann muss mein Stopp einfach dort unten hin Punkt das also hier kleiner Ausflug ins Stopp Management und damit wechseln wir von der Währung Euro Austral Dollar in die Rohstoffe und da habe ich heute mal Silber mitgebracht wir haben vor kurzem ja über Gold auch im großen Bild gesprochen das große Bild auch da ist weiterhin in Ordnung so wie ich es damals gesagt hatte im Silber blicken wir jetzt hier allerdings auch auf eine Situation wo der Markt tatsächlich weiter nach unten läuft das heißt an dieser Stelle wenn wir uns das große Bild auch im Silber nochmal anschauen ich klicke mal ganz kurz hier hinein also wir haben entschuldigt für die unaufgeräumte Sache hier im Chart nichtsdestotrotz das Bild ist hoffentlich erkennbar wir sind hier unten aus einer guten wichtigen Phase rausgekommen das heißt wir haben hier ein wichtiges Level rausgenommen wir haben hier im ganz ganz großen Bild einen Aufwärtstrend gebildet und dieser Aufwärtstrend auf der Woche wohlgemerkt der steht jetzt in einer sehr sehr unterstand in einer sehr sehr weiten Bewegung die momentan einfach korrigiert wird das ist der Lauf der Dinge und wenn die Woche korrigiert wird dann ist ist es logisch haben wir auch gute Wahrscheinlichkeiten dass wir auf Tagesbasis halt einen Abwärtstrend sehen und das ist genau das was wir hier im Silber aktuell sehen wir sehen einen Markt der nach unten will zwischendurch allerdings auch mal ein ganzes Stück nach oben geschnäpst hat hier dieses kleine Abwärtstrendige rausgenommen hat das habe ich mit dieser blauen Linie markiert aber danach sind wir direkt wieder runtergelaufen und aktuell schaut es tatsächlich so aus als wenn der Markt weiter nach unten will woran sehen wir das woran können wir das ausmachen das können wir daran sehen dass wir hier oben schaut mal wir haben hier fallende Tiefs und jetzt haben wir hier die Situation dass der Markt sogar dieses leichte Unterstützungslevel bei 17,28 nach unten rausnehmen möchte das heißt im kleinen wenn wir uns das gleich mal in der Stunde anschauen dann sehen wir haben wir hier einen Abwärtstrend der diesen Aufwärtstrend hier rausgenommen hat der Deckel oben drauf oder beziehungsweise das Zwischenhoch hier ist bei 17,95 wenn wir dort oben drüber laufen würden ja dann wäre dieses Szenario auf der Shortseite erst einmal wieder vom Tisch dann würden wir wieder weitere Aufwärtsdynamik sehen das haben wir momentan nicht das heißt momentan haben wir die Marktrichtung hier im größeren Bild sehen wir es wir haben hier fallende Tiefs also hier unten die fallenden Tiefs und wir haben fallende Hochs und das sind eher die Anzeichen für einen abwärts gerichteten Markt wie schon gesagt setzt sich das Ganze jetzt hier durch die Unterseite fort angetestet haben wir es ja mittlerweile mal wieder die 17,28 nach unten hier das Tief ist definitiv auch drunter dann haben wir die nächste Chance erst einmal im Test des Trend Tiefs momentan um die Marke von 16,90 beziehungsweise hier unten drunter haben wir noch den Bereich des letzten Korrektur Tiefs hier um die Markt die Marke von 16,80 beziehungsweise wenn man mal dieses ja Spike Low hier unten nehmen möchten das ist ein bisschen zickig hier an der Stelle da haben wir das Tief unten liegen bei 17, nee bei 16,53 also das heißt diese Marke hier unten an dieser Stelle also das sind die Anlaufstellen die wir durchaus auf der Unterseite haben wo das Potenzial definitiv auch da ist das heißt wenn diese Korrektur hier ihr gesamtes Potenzial auch ausschöpft dann haben wir gute Karten sozusagen von oben hier 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 haben wir es tief zack dort raus wenn man das mal unten ran nimmt da sehen wir stehen wir doch ein ganzes Stückchen tiefer da ist sogar noch deutlich mehr Potenzial zur Unterseite da der Markt muss es einfach nur spielen und auch hier ich hatte es ja schon avisiert geübte Trader sehen diesen Abwärtstrend schon die sehen auch dass dieser Aufwärtstrend hier der Untergeordnete rausgenommen ist und das sind ja die Marke wo ich immer schaue wie der Markt sich hier entsprechend verhält und das ist hier der Fakt den wir hier haben zum einen wenn wir uns die Stunde mal anschauen hier wir sehen hier eine Schulterkopf-Schulter-Formation das hier ist die Nackenlinie und da sind wir jetzt erst einmal schon drunter gelaufen und was wir im zweiten Bild auch sehen können ist wir haben hier mittlerweile definitiv einen abwärtsgerichteten Markt hier schaut der schwingt hier schön nach unten und das Ganze auch im größeren zu sehen hier das haben wir da dann haben wir hier die Gegengeschichte und dann haben wir hier den Markt nach unten laufen also das ist definitiv ein Abwärtstrend in der Stunde also egal ob man jetzt das kleinere hier an dieser Stelle nimmt da gab es mal kurz den Bruch nach unten und dann den Schub deswegen ist das hier die erste initiale Bewegung das die Gegenbewegung und dann hier an dieser Stelle der Trend hier nach unten das sehen wir und die Stunde fließt jetzt sozusagen wieder in Richtung des Tages und damit haben wir zwei Fakten die die Wahrscheinlichkeit erhöhen dass der Markt hier weiter auf Seite der unteren Richtung läuft das der Blick in den Silberchart so jetzt schaue ich noch mal rein in die Chats mal kurz schauen da sehe ich gerade keine weiteren Fragen auf GoTo dann gucke ich mal kurz rein auf Facebook deswegen wandert der Kopf hier momentan auch immer von rechts nach links so britisches Fund Jens soll ich mir mal anschauen das mache ich gerne das passt das gucken wir uns auch gleich mal an auch eines der Währungspaare die wir hier schon oft besprochen haben mit guten Trading Ansätzen die wir gehabt haben und hier sehen wir halt das ist immer so schön entschuldigt bitte aber ich mag das einfach wie gut die Kursmuster funktionieren das ist hier wirklich mal wieder eine richtig richtig schöne Bullenflagge ich schreibe übrigens in in Kürze auch im Jahrbuch vom Traders über die Bullenflagge noch einmal das ist einfach ein Kursmuster was ich absolut liebe warum liebe ich es wir bekommen hier angezeigt in einem dynamischen Markt die Korrektur in einem engen Kanal und hier sehen wir den Ausbruch und das Potenzial ist halt wirklich da und wenn man mal sieht wie gut so eine Ausbruchsbewegung auch diese ganzen diese ganzen sag ich mal Anlaufpunkte abfrühstücken kann ja wir haben ja hier wirklich live in den Morning Sessions drüber gesprochen wo die nächsten Anlaufpunkte liegen und wir haben das vorausgeplant hier erst einmal im Kleinen bis hier hoch zur Trendfortsetzung und wenn sich dieser Aufwärtstrend dann fortsetzt haben wir hier auch noch die Korrekturhochs des Abwärtstrends rausgenommen und das ist natürlich sehr 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 schön zu sehen und Ronny nein wer hat es gefragt der Matthias hat es gefragt hier an dieser Stelle war jetzt die Frage ist die Bewegung schon zu weit gelaufen in meinen Augen hat die Bewegung noch weiteres Potenzial nach oben hin das heißt ob eine Bewegung zu weit gelaufen ist würde ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht sagen weil wenn wir einfach mal sehen was hier unten rausgekommen ist ich mache das ganz einfach mal ganz knapp hier einfach ganz grob hier über den Daumen sozusagen hier wenn wir das von unten mal hier oben drauf packen da sehen wir welches theoretische Potenzial in dieser Korrektur oder aus dieser Korrektur heraus gegeben wird das heißt da ist nach oben noch einiges an Luft vorhanden ob es der Markt ausschöpft das müssen wir sehen ja aber der Trend dieser Bewegungstrend der ist momentan weiterhin intakt den schauen wir uns mal ganz kurz an guckt euch das mal an der ist gesund der läuft der korrigiert der bewegt sich der korrigiert der ist momentan echt okay absolut in Ordnung das Potenzial nach oben hin ist da weiterhin vorhanden wir haben es ja gerade im measured move auch ausgemessen da ist in meinen Augen alles noch wirklich richtig schön gesund und ich sehe jetzt hier an dieser Stelle noch kein Problem für diesen Trend Probleme wird es dann geben wenn wir dieses Level hier unten brechen das heißt wenn wir unter dieses Korrekturtief hier drunter laufen dann wäre dieser Bewegungstrend gebrochen und damit wäre erstmal für das größere Bild die größere Dynamik außen vor gelassen wo gemerkt das gilt jetzt nicht für einen Intraday Trader der sich sagen will okay wir sehen hier oben jetzt eine kleine Umkehr und wir könnten durchaus etwas Korrekturhandel betreiben dann müssen wir die Zeiteinheit umschalten Ronny äh nein Matthias ich weiß ja nicht wie du tradest das heißt wenn wir das ganze Bild mal sehen wir sehen die Stunde als Richtungsgeber und dann gucken wir mal kurz ins kleine dann sehen wir jetzt hier oben halt die Situation dass aktuell noch ein Seitwärtslauf da ist aber wir durchaus eine Korrektur bekommen könnten die etwas tiefer geht heißt also hier an dieser Stelle ist das ganze so gegeben sobald wir hier einen Trend nach unten sehen dann haben wir schon die Chance etwas tiefer rein zu laufen und korrektive Phase zu machen also immer so ein bisschen aufpassen welchen Zeithorizont hier oder welcher Zeithorizont an dieser Stelle getradet werden soll und das ganze auf die eigenen Trading Setups dann umsetzen so das passt und damit äh noch Euro US Dollar Euro US Dollar das war gestern wieder richtig genial ich habe äh schon echt überlegt äh den Euro US Dollar heute Morgen mit in die Trading Ideen mit aufzunehmen aber äh der ist mir gestern schon zu weit gelaufen deswegen habe ich das nicht gemacht weil wir wollen ja frühzeitig in die Setups reinkommen und nicht irgendwie den Zug auch hinterher latschen äh und jetzt dreht sich das ganze Bild um also es ist momentan wieder mal ein bisschen zickig im Ganzen schaut euch das mal an wir sind gestern schön nach unten reingelaufen und dann plötzlich hat der Markt wieder rumgedreht und ähm das was wir jetzt hier sehen hat die gestrige Signallage einfach kaputt gemacht das ist da brauche ich hier morgens nicht reinzuschauen aber wir beleuchten das ganze Bild mal also was wir hier momentan sehen sind zwei Trendgrößen die ineinander fließen das heißt wir haben zum einen den Abwärtstrend den wir hier sehen im Euro US Dollar das ist ja ganz klar das Zwischentief haben wir hier unten äh sozusagen bei 1.08791 gehabt und jetzt sehen wir hier untergeordnet diesen laufenden Aufwärtstrend so ich habe mich gestern übrigens auch mit einem befreundeten Händler dem Martin Gösch genau über dieses Setup unterhalten er war hier schon ein bisschen äh sozusagen short unterwegs gewesen im kurzfristigen Bereich ähm ich sehe das ganze eher so ein bisschen als Swing das heißt für mich persönlich kommt es jetzt noch nicht zum Tragen hier die Shortrichtung zu traden weil ich einfach sehe dass dieser Trend hier wenn ich das ganze mal in den Tagestrend auch einordne dass der noch absolut intakt ist und solange wie dieser Aufwärtstrend noch intakt ist geht es für mich hier darum zu sagen ich muss mich für meine Trading Setups jetzt tatsächlich erstmal hinstellen und sagen warte ab bis der Korrekturtrend zu Ende ist und wir sehen ihn ja hier das sind so die Gefallen wie mir der Markt immer tut wenn er hier trendet das ist ja das was wir hier auch einfach nur lesen müssen wir haben jetzt hier steigende Tiefs und steigende Hochs das ist ein Fakt für einen Aufwärtstrend Punkt da gibt es nichts drum zu reden jetzt wird es halt interessant dieser Aufwärtstrend ist intakt der läuft weiter nach oben und was wir hier an dieser Stelle sehen ist wir sind hier da oben hier da ist so ein bisschen der Deckel drauf hier bei der Marke von 1.10.6 sind wir im Seitwärtslauf hier oben mal zur Seite betrachtet in dem Widerstandsbereich ausdehnen kann sich das ganze noch oben hin bis in die 1.11 ohne Probleme hier oben rein zu laufen das wäre durchaus möglich das heißt das Potenzial nach oben hin ist weiterhin gegeben unter dem Gesichtspunkt dass dieser Abwärtstrend auch weiter nach unten laufen wird ja das muss man da immer sehen und wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr bekommen das heißt dass wir hier oben vielleicht eine Doppeltopf-Formation bekommen ich weiß es nicht dann wenn es tatsächlich hier wieder einen Abprall gibt dann sehen wir die Umkehr und dann bin ich geneigt die Short-Richtung wieder einzuschlagen solange wie das allerdings noch nicht läuft muss man einfach die Oberrichtung sehen weil wir wissen ja wenn wir hier oben über dieses Hoch dieser Kerze laufen das haben wir hier bei 1.10.626 das ist das Hoch hier dann setzt sich dieser Trend halt fort und damit wissen wir da sind eher noch die Long-Szenarien da weil dieser Trend nach oben läuft und wenn wir uns das Ganze auch mal in der Stunde anschauen dann sehen wir es auch hier wir sind hier den kleinen Schub nach unten gegangen das war für mich gestern übrigens der ausschlaggebende Punkt da mal genauer hinzuschauen weil wir dann doch durchaus hier einen Abwärtstrend hatten der diesen Tief hier dieses Tief rausgenommen hat aber Pustekuchen der Markt hat uns nicht den Gefallen getan er trendet hier wieder nach oben und wie schon gesagt wenn sich dieser Trend nach oben hin fortsetzt dann setzt sich halt auch dieser größere fort und dann haben wir wieder die Situation offen dass wir die Long-Geschichte spielen müssen weil die Richtung im Chart auch in der kleineren Geschichte noch auf aufwärtsgerichtet ist wenn wir hier oben drüber laufen und wie schon gesagt der kleine Trend hier ist ja zu sehen der können wir ja nicht wegwischen und aus diesem Grund läuft die Korrektur weiter und das sehen wir schön im Tagesschat der Korrekturtrend ist weiterhin intakt und solange wie wir hier keine Umkehr bekommen haben wir hier die Situation eines aufwärts steigenden Euro US Dollar so haben wir da gut das passt Moin Holger Elena du hoffst auf die Umkehr Elena kleiner Tipp an dieser Stelle Hoffnung ist im Handel an den Kapitalmärkten immer ein ganz ganz schlechter Ratgeber die Hoffnung habe ich vor vielen Jahren begraben weil ich damit keinen Erfolg hatte gut das dazu wir schauen jetzt auf die Märkte drei Minuten noch bis zur offiziellen Handelseröffnung das ist echt klasse heißt an dieser Stelle hier die Märkte gleich geht's los hier S&P 500 auch momentan in der Korrektur des Aufwärtstrends den wir hier jetzt definitiv auch wieder drinnen haben hier die Stunde sehen wir hervorragend läuft schön nach oben Tag ist auch wieder in die Aufwärtsrichtung übergegangen hier schön schöne Fortsetzung der ganzen Geschichte also alles in hervorragender Manier gleich sehen wir bald ein neues Jahreshoch das Thema was ich gesagt hatte im größeren Bild übrigens mit einer SKS ist noch nicht vom Tisch heißt wir haben hier oben ja immer noch die Situation eines tieferen Hochs solange wie wir da nicht drüber laufen ist das Thema immer noch da das heißt die große Range zwischen 2.8 und hier oben 3000 und ein paar 120 ist immer noch vorhanden wuppen wir das Thema ist es vom Tisch dann haben wir einen schönen Trend nach oben laufen und dann können wir uns auf die Longseite fokussieren aber die Chancen für die Rallye zum Weiterlaufen sind auf alle Fälle da so an dieser Stelle danke und bis morgen 8.30 live in der Markt Session Blog gibt es natürlich wie immer vorher also allen guten Trades und bis morgen tschüss 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 tschüss